So Leute, hallo und willkommen zurück hier in der Zone. Ja, das mit den Dings hat ja nicht funktioniert mit dem Levelwechsel. Und... Jetzt müssen wir hier... Die wollen den ausräumen. So, speichern wir. Dein Geld und deine Artefakte. Und zwar schnell, du Arschloch. Ballern die nieder, oder? Ich habe nichts. Nicht schießen. Warten die, bis ich hier... Ach, ich glaub, die warten, bis ich hier aktiv wär. Ich hab weder Geld noch Artefakte. Keine Ahnung. Feuer in the hole. Warte, hier spricht der Kommandant der... Wir haben die Vanille von dem Schrohrplatz mit den alten Maschinen vertreten. Ein Gegenangriff ist wahrscheinlich. Wir könnten noch ein paar Wälder genommen. Jede Hilfe wird sein, wird angenommen. Au, 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 au. Der hat mich aber erwischt. Ja, ha, ha. So, ich glaub, das war's. Ja. Erwischt. Er Arschlöcher. So. Der hat den MP5 hier. Ne Weipa. Und da war... Muss noch einer sein. Da, der da. So. Ah, da hab ich meine Granate wieder zurück. Haha. Und der ist leider auch tot. Ja, hab ich gehabt. So, mal schauen. Liegt hier was in dem... Jeep drinnen? Hopp. Äh. Nein. Aber... Da sind ein paar Kistelchen. Zack. Zack. Ah, nix drin. Können wir da ein LKW rein? Das könnten wir probieren. Hopp. Nein. Funktioniert nicht. Gut. Also müssen wir jetzt weiter zum Müllhalde. Ich speichere jetzt mal kurz ab. So. Da müssen wir jetzt weiter zum Müllhalde. Und da kommt unser erstes richtiges Gefecht. Und da sind wir jetzt noch ab. Kräer. 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 Und zwitschern die Vögelchen. So. Geh mal ein bisschen Gas hier. Hallo. Ähm. Zuerst räumen wir aber hier die... ...Leutchen aus. So. Und ich räume aus. Genau. noch mal Verbände einsacken, so und hier haben wir noch ein paar ein bisschen Munition ein bisschen noch mehr Munition und ein paar Vorräte so und hier haben wir ein Versteck, wo noch nix drinnen liegt, gut dann werden wir hier mal kurz ablegen gehen und zwar was brauchen wir denn nicht das ist neun mal neunzehner ja, dann behalten wir uns eine MP5 die kann weg, die kann weg das Zeug kann dabei mal weg ja, die Panzerbräne brauchen wir im Moment mal auch nicht das kann weg das und die Pistölchen brauchen wir auch mal nicht so, den Rest so, ne, ein bisschen Pistolen Munition baut nicht ja, ähm die 918a plus 20 Schuss sollten wir nü ist ja nur für Notfall ähm gut sollte es soweit passen so, dann werden wir hier mal so, kurzerhand mal auf den Heli klettern la 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 die 5 denn bevor wir unsere Hilfe anbieten werden wir die Reihen der Gegner schon mal ein bisschen lichten gehen oh, neun so ich hoffe, das funktioniert au, au, au oh, da liegt ein Artefakt wie kommt denn das da her oh, die bluten haha kann ich da rein na komm, hüpf rein ah, ich will da rein und die kommen her na, na na na, den Anführer müssen wir töten der ist eh markiert so, den Anführer hätten wir getötet da kann ich doch stehen hier so, Moment, ich geh jetzt mal auf die andere au, au, au wo denn oh, Mann so, jetzt ja, ihr seht selber wie die hier reinhauen, die Gegner so, und dafür ist die MP5 gar nicht schlecht wo liegt der, wo liegt der oh, ah ah, Stachelrad du bleibst hinten ja ja, ein richtiger Treffer und tot ist man nein ach, verdammt damn it ja, gut da werde ich mir doch die anderen zur Hilfe holen ich dachte, ich könnte jetzt allein hier aber, ne ähm da hole ich doch die anderen zur Hilfe so du da dich brauche ich ne, nicht den Richter und dann ist es einer von denen oh, da liegt auch noch einer der hat nichts mehr du ne dann bist du's hey Socker du kommst gerade rechtzeitig wir könnten deine Hilfe wirklich gut gebrauchen diese Banditen hast da der Versuch die Kontrolle über die Müllhalde an sich zu reißen wir hatten vor einer halben Stunde eine Schießerei und konnten dabei drei von den Hunden erledigen die anderen haben sich zurückgezogen aber ich bin sicher dass sie jeden Moment mit Verstärkung zurückkommen es sind nicht mehr viele und ein zusätzlicher Mann könnte nicht schaden erzähl weiter wir haben ja einen Hinterhalt für sie gelegt sie werden vom Westen kommen vom Abro Agro Forschungsinstitut hilf uns ihr Verstärkung zu erledigen du wirst es nicht bereuen in Ordnung ich helfe euch so bis denne gut da werden wir aber gleich hier auf die wechseln so jetzt kommt er hinter und erzählt sie greifen an sie greifen an da kommen sie oder so da kommen sie gute Arbeit Leute Positionen einnehmen und wir kommen ihnen entgegen so ich werde wieder meine Position hier am LKW einnehmen ich habe gedacht die kommen ich werde wieder so 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 noch eine Granate und noch eine Granate vielleicht können wir ja den einen oder anderen schon so erledigen so ja kommt kommt her ihr Bastarde und der Anführer kommt direkt auf uns zu da müsst ihr hier gleich auftauchen laut Radar ah verdammt 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 du Arschloch damn 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 zieh mich doch zurück so ich schalte mal auf Einzelfeuer hier ich sehe da gar nichts auch hier und den was den Anführer äh pass auf blöder Hund ja jetzt schiebt er mich auch noch ran und die Viper hat sogar einen Burst Mode und ich hole mir jetzt mal schnell das Artefakt weil wir gerade da sind bevor es verschwindet ich möchte nur gern dass alle drei Storker hier am Leben bleiben von uns ja wo denn Teufel nochmal so wo haben wir noch blöder Hund ah das war nicht noch nicht alle ach der war's Gute Arbeit Jungs wir haben sie ausgelöscht führt euch alle los und du Storker komm mit mir wir sollten uns unterhalten ja wir unterhalten uns gleich ich will doch die noch nur ausräumen so weit so gut mal ähm ja wir quatschen mal mit ihm und danach schalten wir noch den Rest aus du ja danke Kumpel du hast uns wirklich sehr geholfen möchtest du als Zeichen unserer Dankbarkeit ein bisschen Bargeld haben klar so hier damit solltest du medizinische Behandlung bezahlen können damit du wieder fit wirst ich bin fit danke ich weiß eine ganze Menge ich könnte dir sogar nichts erzählen ähm erzähl mal was über dich selbst bla 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 könnt ihr nachlesen warum schließt du dich nicht an Wächtern an äh bla 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 ich wünsche dir viel Glück so ich möchte jetzt ähm und was ist das für ein Ort bla 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 großes Gebäude Müllhalde bla 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 und ich brauche nichts mehr so können wir noch handeln na der will was kann denn das Gesundheit plus 400 das ist ja noch besser wunderbar aber das reicht mal für den Anfang so das heißt wir werden einen von ihnen entfernen und ja den reinsetzen dann haben wir schon plus 800 Gesundheit die greifen an die greifen an die greifen an die greifen an die greifen an